Im ersten Video zur Festigkeitssteigerung wurde herausgefunden, dass die Festigkeit von Materialien gesteigert werden kann, indem die Bewegung von Versetzungen behindert wird. Dazu gibt es verschiedene mikrostrukturelle Möglichkeiten. In diesem Video wird auf die Ausscheidungshärtung eingegangen. Bei der Ausscheidungshärtung, auch bekannt als Aushärten, wird das Gleiten der Versetzung und somit die plastische Verformung durch ausgeschiedene Teilchen behindert. Diese Teilchen sind Gefügebesonderheiten bestimmter Legierungen, wie zum Beispiel Kupferaluminium oder Nickelaluminium. Die Legierungselemente weisen eine begrenzte Mischbarkeit auf, die im Zweiphasendiagramm nachvollzogen werden kann. Hier wird beispielsweise die Löslichkeit von Kupfer in einem Aluminiummischkristall gezeigt. Die Löslichkeit im Grundgitter nimmt mit sinkender Temperatur ab und sinkt in diesem Beispiel von 5,65% auf 1,4% bei einer Abkühlung von 548 Grad Celsius auf 400 Grad Celsius. Dadurch entstehen Ausscheidungen. Das heißt aber auch, dass hier die richtige Legierung gewählt werden muss und nicht wie bei den anderen festigkeitssteigernden Mechanismen Änderungen des Gefüges ausreichen. Um ein solches Gefüge mit ausgelagerten Teilchen zu erhalten, sind also zunächst bestimmte Legierungen und dann eine entsprechende Wärmebehandlung derselben notwendig. Zu Beginn wird die Legierung durch das Lösungsglühen so weit erwärmt, bis alle zur Aushärtung beitragenden Legierungselemente im Mischkristall gelöst sind. Im nächsten Schritt wird der Werkstoff abgeschreckt, sodass eine Diffusion verhindert wird und die Legierungsatome übersättigt im einphasigen Mischkristall gelöst bleiben. Abschließend wird der Werkstoff noch einmal angelassen, um eine gesteuerte Diffusion zu erreichen. So entstehen an den während des Abschreckens entstandenen Keimen viele kleine Ausscheidungen. Aus dem einphasigen übersättigten Mischkristall ist somit eine zweiphasige Legierung geworden. Diese Ausscheidungen dienen wiederum als Hindernisse gegen die Versetzungsbewegung. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Ausscheidungen von Versetzungen überwunden werden können. Dabei ist jedoch ein erhöhter Energieaufwand notwendig, sodass die Versetzungsbewegung eingeschränkt wird. Es wird zwischen kohärenten und inkohärenten Ausscheidungen unterschieden. Kohärenz bedeutet, dass die Gitterparameter der Ausscheidung ähnlich oder gleich der Grundmatrix sind. Kohärente Ausscheidungen führen zu einer elastischen Verzerrung des Gitters und damit zur Erhöhung der Gitterspannungen. In kohärente Ausscheidungen besitzen eine vom Grundgitter verschiedene Gitterstruktur. Sie bewirken keine elastische Verzerrung des Gitters. Handelt es sich um eine kohärente Ausscheidung, so können die Versetzungen durch die Ausscheidung hindurchgleiten. Dieser Schneidmechanismus wird auch als Friedel-Effekt bezeichnet. Kohärente Ausscheidungen haben im Vergleich zu den Atomen des Grundgitters einen unterschiedlichen Schubmodul und stellen damit eine Rückhaltekraft für Versetzungslinien dar. Die wandernde Versetzung wird durch die in der Gleitebene liegenden Teilchen aufgehalten und ihre Weiterbewegung erfordert eine höhere Schubspannung. Zwischen zwei Teilchen baucht sich die Versetzung auf und wird länger, wobei die Gitterverzerrung zunimmt. Liegt ein geringer Abstand zwischen den Teilchen vor, so schneidet die Versetzung die Teilchen. Dabei wird die strenge Stapelordnung zerstört. Da das Schneiden von Teilchen neue Grenzflächen schafft, kostet jeder Schneidvorgang Grenzflächenenergie. Die Versetzungsbewegung wird eingeschränkt und die Festigkeit erhöht. Ein Beispiel hierfür stellen Nickel-Aluminium-Legierungen dar, in der Kohärente Nickel-3-Aluminium-Ausscheidungen zu einer Festigkeitssteigerung führen. Dabei ist die Festigkeit umso höher, je größer der Teilchendurchmesser ist. Jedoch geht dieser als Wurzelfunktion ein. Das bedeutet, dass der erste Beitrag zur Vergrößerung der Teilchengröße eine wesentlich höhere Festigkeitssteigerung bewirkt als eine immer weitere Vergrößerung der Teilchen. Liegt jedoch eine inkohärente Ausscheidung vor, kommt ein Umgehungsmechanismus, der sogenannte Orovan-Effekt, zum Tragen. Die Versetzung wird dabei durch die Spannung so weit gekrümmt, bis der Krümmungsradius kleiner wird als der halbe Abstand zwischen den Ausscheidungen. Die instabil gewordene Versetzung dringt zwischen den Teilchen hindurch. Schließt sich dahinter wieder und hinterlässt um die Ausscheidung einen Versetzungsring. Auch dieser Mechanismus bewirkt eine Erhöhung der Schubspannung, die zur Bewegung der Versetzungen benötigt wird. Die Versetzungsbewegung wird erschwert und damit die Festigkeit des Werkstoffs gesteigert. Je kleiner dabei der mittlere Abstand der Teilchen ist, umso größer ist die Festigkeitssteigerung. Bei der Ausscheidungshärtung wird das Gleiten der Versetzungen und somit die plastische Verformung durch ausgeschiedene Teilchen behindert. Kohärente Teilchen können geschnitten und inkohärente Teilchen umgangen werden. Beide Mechanismen erhöhen die für die Versetzungsbewegung erforderliche Schubspannung. Der Widerstand gegen das Versetzungswandern wird erhöht und die Festigkeit somit um bis zu 3000 Newton pro Quadratmillimeter gesteigert.